Herzklopfen kostenlos, die Talente Show. Präsentiert von ihrer Kreissparkasse Saale Orla, der Stadt Pösneck und dem Veranstaltungsbüro Andreas Dornheim. Herzklopfen kostenlos, 2018, unsere Jubiläumsshow 60 Jahre ist vorbei und wir haben einen Sieger, einen Träger des Bundestalente-Preises der Unterhaltungskunst, Danny Zetsche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke, danke. Danny, wie fühlt sich das an? Ich meine, du standest da oben mit She's Like The Wind von Patrick Swayze, also du saßt ja alleine am Klavier und hast einfach so ganz pur gesungen. Wie hast du dich gefühlt? Einfach toll, muss ich es wirklich zugeben, denn die Menschenbassen, kann man ja wirklich schon sagen, so einfach von vorne zu sehen, ist schon ein schönes Gefühl. Und jetzt gehst du mit dieser Urkunde nach Hause, mit dem ersten Platz, mit dem Bundestalente-Preis und 1000 Euro. Meine obligatorische Frage ist ja, was tut man mit 1000 Euro? Ein neues Klavier? Nein? Nein, ich denke mal nicht, aber ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich werde schon ein neues Musik-Equipment einbasteln und ja, wenn nicht in irgendeiner Reise oder ja. Auf jeden Fall irgendwas Schönes, ja? Das soll auch so sein. Tja, wie geht der musikalische Weg weiter? Was hast du für Pläne? Du bist 17 Jahre jung, wenn ich das sagen darf. Da gibt es ja bestimmt einige Pläne, beruflich vielleicht auch mal mit Musik? Eventuell ja, das stimmt. Ich würde mir gerne einen Beruf vorstellen mit Musik, aber dadurch die Verdienstmöglichkeiten, ich sag mal, begrenzt sind, zumindest regelmäßig Geld zu verdienen, ich bin mir nicht sicher. Also ja, ich werde mal sehen, was die Zeit so bringt und ja. Ich als Mutter würde auch immer sagen, lerne erst mal was Gescheites und danach geht dem Hobby nach. Wobei es nichts Schöneres gibt, als wenn man sein Hobby auch zum Beruf machen kann, ja? Ich drücke dir von ganzem Herzen die Daumen, hau die 1000 Euro auf den Putz und jetzt wird richtig gefeiert. Und wo kommt der Preis hin? Wo stellst du den hin? Ach, ich denke mal, der kommt bei mir ins Zimmer oder in den Probenraum, den wir jetzt gerade ausbauen werden und ja. Super, dann alles Gute nochmal, herzlichen Glückwunsch. Unser erster Platz der Kategorie Gesang und Instrumental ist Danny Zetsche. Und wo kommt der Kategorie Gesang und Instrumental ist Danny Zetsche. Und wo kommt der Kategorie Gesang und Instrumental ist Danny Zetsche. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the well. I look in a mirror, and all I see Is the eye of a man, of only a dream I'm just fooling myself, that he stopped the pain Living without her, I go home and say Feel your breath in my face, her body close to me Can't look in her eyes, she's out of my heart Leave, just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind Feel your breath in my face, her body close to me Can't look in her eyes, she's out of my heart Leave, just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind Herzklopfen kostenlos, die Talente Show Präsentiert von ihrer Kreissparkasse Saale Orla Der Stadt Pösneck und dem Veranstaltungsbüro Andreas Dornheim